Nächste Ausgabe, Feelgood Podcast und es ist eine riesen Ehre, dass Sebastian B., besser bekannt als Baschi, zu Gast ist, wo wir am Anfang gar nicht mögen haben. Hast du es kürzlich wieder erzählt? Ja. Wieso nicht? Dann können wir schon einen Break machen. Ja. Du hast es schon gesagt. Für die, die das nicht wissen, wann war das? Ich habe es gesehen, vor etwa 8 Jahren. Nein. Warte mal, es war 2013. 6 Jahre, 6,5 Jahre. Okay, 6,5 Jahre. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwie von jemandem, wie soll ich sagen, einen Hinweis bekommen habe, dass ein Filmchen im Internet rumschwirrt, wo mich einer auf eine ganz dumme, saublöde Art nachäfft. Und zwar hast du das nämlich gemacht, äh, in Basel, bei der Kirche, gell? Dort oben. Ja, wie heisst das? Weisst du, bei Münster? Nicht bei Münster, sondern, äh, wie heisst das dort oben? Ist das der Lohnhof? Ja, mal einfach, du siehst auf der Riei runter dort. Man sieht nicht auf der Riei, sondern du gehst vom Bar nach oben, bei der Musikakademie. Wie heisst der Hof dort? Eben ja. Gnadenhof. Wo es Au Viola ist und all das Zeugs. Dort hast du so ein kleines Plätzchen. Ja. Und dort bist du irgendwie gestanden und hast mich dumm nachgemacht. Und dann, wir haben uns ja dort noch nicht gekannt und irgendwie habe ich das gesehen. Und da habe ich irgendwie anscheinend noch nicht so gewusst, was Humor ist oder was vielleicht irgendwie, weisst du, ich meine. Dass man das auch irgendwie ein wenig cool nehmen kann. Da bin ich wahrscheinlich auch noch zu verbissen gewesen. Irgendwie nicht mehr durch. Und da habe ich das überhaupt nicht lustig gefunden. Wenn ich den Wichsen sehe, dann habe ich ihn kaputt, Mann. Und dann haben wir uns aber irgendwie mal getroffen, gell? Ich weiss aber auch nicht wo, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Also es gibt zwei erste Mal eigentlich. Okay. Und das, was du meinst, ist gesehen, bei Virus. Wo du mich dann auch wieder nachgemacht hast, genau. Wo es aber noch die Fernsehsendung gab, Virus. Und dann haben sie die Idee gehabt, dass ich als die zuerst komme und du dann hineinkommst. Und dann haben wir uns gegenseitig konfrontiert. Und extra gleich angelegt und alles. Und dort hast du nämlich geraucht. Ich bin der Baschi, ja genau. Und zuerst habe ich die Zige falsch rumgezogen, natürlich. Klassiker. Und dann haben wir zusammen den Zug zurück auf Basel genommen. Ja, genau. Und dann haben wir ein Bier gesoffen und haben etwas dumm geschnurrt. Und dann haben wir mal geschwätzt und danach hast du so ein bisschen gecheckt, was die Idee ist. Ja. Dann ist das Eis gebrochen. Bei einer Parodie. Ja. Weil wirklich kennengelernt, so schnell, schnell, haben wir uns davor am allerersten, Achtung, ein Traumevent. Im Drehkönig Basel. Who is who? Die 100 wichtigsten Baslers. Genau. Als das erste Mal das Magazin rausgekommen ist, bist du auch dort gewesen. Und dort hat es ein paar grosse Momente gegeben, muss ich sagen. Also angefangen hat es mit dem Verleger der damaligen. Eugen Baumgartner. Ja hoi miteinander, oi. Einen Legenden Sandergleichen, der jetzt den Promi-Tipp Drive macht. Da lässt du ihn aber auch mal ein, oder? Ja logisch. Ja eben. Du kommst dann auch. Eigentlich müssen wir zusammen mit dem Eugen machen. Und er ist so beim Eingang und tut so allen die Handschuhe. Ich bin der Eugen. Hallo. Und danach kommt mir und sagt so, ich bin der Eugen. Bist du der Barschi? Nein. Und ich so nein. Und dann hat mich noch mal jemand verwechselt als die dort. Okay, okay. Und du bist dann aber eben auch aufgetaucht. Und ich weiss noch. Mit dem Philipp, gell? Ja. Der Philipp ist sehr elegant gewesen. Der Philipp ist immer im Wifebeater gewesen. Die Gitarrist. Einfach mit so einem schwarzen Unterliebchen. Und seine Tattoos ist so ins Trickhönig gelaufen. Da habe ich gefunden, das ist schon ein bisschen eine Legende. Und dann ist eine dort gewesen, die hat... Pornostride? Ja, genau. Also Pornostride. Sie hat eben alte 70er Pornos neu zusammengeschnitten mit anderer Musik. Also quasi ein Kunstprojekt ausgemacht. Und wir stehen alle draussen in so einem Kreis. Und irgendwie so am Rauchen und ein bisschen schwarzen. Und dann fragst du die so. Ja, was machst du so? Und sie, wahrscheinlich extra ein bisschen so. Pornografie. Und dann bist du so völlig irritiert gewesen. Und bist einfach da gestanden. Irgendwann sagst du so. Ja, mit Stöhnen und so. Sicher nicht. Ja, das mag ich mich natürlich nicht mehr. Und dann habe ich mir etwas geschwärzt. Und dann habe ich dir erzählt. Ich mache so eine Late Night Show. Damals noch eine Primetime Show. Gibt es nicht Bock zu kommen? Ja klar, können wir bereden. Und dann habe ich natürlich noch nicht gewusst, dass so Showbiz-Talk, klar können wir mal anschauen, ist noch lange keine Zusage. Gell? Und wir sind offiziell weggegangen, extra angefockt. Und dann ist immer irgendwie so kurzfristig eine Absage gekommen. Und dann habe ich gefunden, damit ich ihn trotzdem in der Show habe, mache ich ihn nachher. Und so habe ich die Videos überhaupt gemacht. Und dann haben wir uns aber richtig kennengelernt. Und du bist in die letzte Primetime Show gekommen, als Überraschungsgast. Das ist wirklich legendär gewesen. Also das ist die, die ich in den Balz... Nein! Aha! Nein, sondern die erste... Ah nein, mit dem Benni Thurnherr? Ja. Benni Thurnherr, Carlos Leal... Stimmt. ...Tabu... Ja, wo ich gespielt habe. Ja, du hast gespielt mit dem Philipp. Wo ich komme ohne Punkt, das weiss ich noch. Richtig. Ist sogar noch online. Ist sogar noch online. Ja, aber ist mir... Nicht, dass ich jemals einen Rappen verdient habe mit YouTube-Videos. Aber... Ist mir gesperrt worden für Monetarisierung. Okay. Aus rechtlichen Gründen. Weil es ja die wird. Ich muss das Universal-Danke sagen. Nein, aber noch schnell, wenn wir noch mal zu diesem Abend zurückgehen. Ich muss zuerst ein wenig reinkommen. Ich fühle mich noch ein wenig unwohl hier in der... Alles easy. Da hinten hängt ein Skelett. Und starrt mich an. Hier jetzt irgendwie noch... Was hat er gehabt? Letzte Woche eine Party mit 150 Leuten. Ich schmöcke es auch noch ein wenig. Und trinke hier Wasser aus dem Kreis 4. Das finde ich... Spürst du schon etwas? Und wie? Nein, nur schnell noch mal zu diesem legendären Abend im Trois-Rois. Ich war auch dort schon ein riesen Fan von Kochen und Kulinarien. Und das ist ja... Eines von meinen Vorbildern ist ja da gewesen. Tanja Granditz. Ja. Und ich, oder der Baschi im Social-Wahn. Das... Das... Das kommt ab und zu vor. Wenn ich... Auch bei dir jetzt gerade letzte Woche... Premiere... Dann sehe ich ein paar Leute. Und dann... Lägt es bei mir wie ein Schalter rum. Dann muss ich mit jedem schnurren. Und hier und dem... Am... Am... Am Zipfel hangen. Und äh... Ja. Aber ich bin ja auch ein Typ, der gerne auf die Leute zugeht. Eigentlich. Sonst bin ich eigentlich eher zurückgehalten und schür. Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, wenn ich einfach mal einen drin habe. Dann... Dann lege ich die Hemmschwellen ab. Es ist aber sicher auch, weil du ja in einem sozialen Umfeld bist, wo gewohnter ist. Und wo man das Gefühl hat, man ist mehr mit... Wie nennt man das? Peers. Mit Gleichgesinnten... Irgendwie. So. Weil... Ich gehe auch eher auf jemanden zu. An einer Party oder an einer Premiere. Oder an einer Premiere. Wo du sagst, wir sind ja jetzt zusammen an einem öffentlichen Event. Ja. Im Gegensatz zu, wenn ich jetzt im Restaurant bin und Roger Federer würde nicht mehr sitzen. Ich würde mich nie getrauen, zu diesem anzulaufen. Würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich. Und ich habe schon ein paar Leute auch so gesehen. Oder auch schon zusammen an einem Event. Und dann hat es irgendeinen Big Name gehabt. Aber das mache ich auch nicht irgendwie. Mhm. Meistens kommen sie zu mir. Also, dann bist du zu Tanja Granditz. Ja. Oder in meinem Social-Van. Sternenköchin. Sternenköchin. Kochtes Jahres gerade wieder geworden. Kochtes Jahres 2019. Oder 18. Nein 19. Nein 19. Jetzt gerade wieder. Und noch einen Punkt mehr gekriegt. 2, 3 Sterne. Nein. Gommio jetzt. 18 oder 19. Also sensationell. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Und das ist ja ganz eine Feine. Feine. Fine. Und ruhige. Und auch eher zurück. Und die hat das Gleiche gedacht wie wir alle. Sorry. Alles gut. Handy. Die. Die Glotte. Ja, aber der checkt das nicht wenn ich jetzt das abnehme. Äh. Lütsch mich nachher zurück. Nein. Angst vor dem. Nein Glotte. Du weisst wie ich liebe dich. Ein Gäckchen war. Er ist ein Insider. Nein. Und äh. Wir haben doch alle so denken. Basel. Und die 100 Wichtigsten. Das passt eher auf Zürich. Und nicht zu uns. Auf Basel. Und irgendwie. Wir haben ja eh keine. Wie soll ich sagen. Prominenten Leute. Und so. Und das war ja eigentlich auch die meistgestellte Frage von den Medienschaffenden. Die da waren. Ja äh. Paschi. Jetzt gehörst du zu den 100 Wichtigsten. Aber seien wir mal ehrlich. Da in Basel. Eben. So ein wenig. Ja ja. Das ist eher ein Zürich Ding. Finde ich ehrlich gesagt auch. Und äh. Und sie hat das Gleiche auch ein wenig empfunden. Und dann hat sie mich unter den Arm genommen. Und dann sind wir zu ihr ins Restaurant. Und dann haben wir dort noch gekocht zusammen. Ohne Sache. Ja. Das ist wirklich. Das habe ich gar nicht gewusst bis jetzt. Aha wirklich. Ja. Nein. Dann haben wir dort wirklich. Voll easy. Jetzt hat sie die Küche aufgemacht. Es sind auch noch 2-3 Angestellte. Ich glaube auch schon. Es sind 2-3 Angestellte dort gewesen. Die haben natürlich den Betrieb offen gehabt. Und dann haben wir irgendwie etwas gebrutzelt. Oder mit der Sternenköchin. Und ich natürlich so. Ja. Irgendwie. Essen hättest du nicht können. Nein. Nein. Ich weiss auch gar nicht mehr was wir gekocht haben. Oder inwiefern. Oder ob wir auch nur etwas getrunken haben. Und ein wenig dumm geschnurrt. Oder irgendwie so. Und ist dann das Essen auch nur eine Farbe gewesen? Das ist ja ihr Ding. Jede Mahlzeit. Jeder Gang hat eine Farbe. Oder ob man dort einfach noch einen Gin Tonic getrunken hat. Und ein wenig geschnurrt hat. Aber allein das schon. Also ich glaube. Das finde ich immer so. Für mich die schönsten Momente sind Menschen, die ich in irgendeiner Art und Weise bewundere. Und ich denke. Nur aufgrund von meinem Beruf. Kann ich überhaupt mal mit denen in Kontakt treten. Und ich sehe es nicht als das Promi-Ding. Oder so Celebrity-Scheiss. Sondern vielmehr. Dass einfach mal. Damals zum Beispiel der Benny Huckel. Mir Hallo sagt. Und wir anfangen zu sprechen. Das war für mich wildklasse. Du bist FC-Fan. Und er schiesst da irgendwie eins der wichtigsten Goals. In die Champions League. Das sind so Sachen. Und für mich übrigens. Gleich auch mit dir. Ja hört doch. Doch. Weil. Man darf nicht vergessen. Du bist mit 17. Du bist bei Musicstar gewesen. Und wir sind eineinhalb Jahre oder so auseinander. Das heisst. Ich bin noch ein bisschen jünger als du. Und logisch. Bis dann. Wenn du so 16, 17 bist. Dann denkst du. Ja der ist gleich alt. Was soll das? Und so. Und ein paar Jahre später. Dann. Schaue ich einen Film von Marco Rima. Handyman. Da ist ein Song von dir drin. Und dann muss ich sagen. Das ist ein geiles Song. Alles um dich. Und dann habe ich ihn verlassen. Und so ist überhaupt meine Parodie entstanden. Die kommt ja nicht. Wenn ich sage. Das ist der grösste Vollidiot. Ich mach den jetzt nachher. Sondern vielmehr. Du singst mit. Und irgendwann merkst du so. So lang. Die Nacht. Dort hast du auch noch ein bisschen tiefer gesungen. Ja ja ja. Und danach hat irgendwann sagen können. Ich behaupte jetzt. Wir sind mittlerweile Kollegen. Finde ich mega geil. Ja. Wirklich mega geil. Und das ist so. Nebst dem Job selber. Ja. Denke ich immer so. Das ist etwas vom Schönsten. Wo einfach. Selbst wenn du noch mal 5 Minuten mit jemandem redest. Und selbst wenn die Person dann vielleicht gar nicht mal so cool ist. Ja. Das gibt es ja auch ab und zu. Wo du findest. Ah du bist jetzt gar nicht so. Schade. Aber. Man denkt. Die ist sicher mega cool. Irgendwie so. Und dann schaut sie dich mit dem Arsch an oder so. Dann denkst du auch. Ja. Ich sage auch immer. Das was wir machen. In dem Sinne. Hat für mich auch mehr Vorteile als Nacht. Also weisst du. Also Vorteile. Schönere Seiten. Als nicht so schöne Seiten. Oder öffentlich. Also ja. Irgendwie. Ich glaube einfach die Schweiz. Oder das Land. Macht es so. Es ist einfach mega einfach. Da irgendwie eine Person der Öffentlichkeit zu sein. Irgendwie. Weil man einfach auch. Man wird ja brutal auch in Ruhe gelassen. Von den Leuten. Oder irgendwie. Obwohl man vielleicht. Obwohl die Leute dich vielleicht so erkennen. Logisch sieht man dann. Ist das nicht der. Oder ist das nicht der. Oder manchmal kommt es dann auch wegen einem Foto. Aber äh. Alles Huren in Grenzen finde ich jetzt. Irgendwie. Das heisst dir hat das ja nie gross gestresst? Nein. Irgendwie nie. Und äh. Ja ich glaube das Ding ist schon. Der Moment ist glaube ich schon so. Wenn du wirklich so jung. Und dann einfach dort reingespült wirst. Und dann halt eben. Am anderen Tag im Blick. So eine Schlagzeile über dich lesest. Dann trennst du das im Kopf irgendwie. Ja nein. Oder einfach so. Du. Du hast es schon von Anfang an. So krass mit. Bekommen. Wie das läuft. Dass alles andere. Dann wie irgendwie so. Das ist nichts mehr Neues. Weisst du irgendwie. Also nicht. Jemand wo jetzt eben. Das wird mir ja immer vorgeworfen. Oder ist mir vorgeworfen worden. Ja du hast es ja nie wirklich geschafft. Oder. Du hast nie Dreck gefressen. Für das. Was. Was du dann erreicht hast. Weisst du irgendwie. Du bist nie. Im dreckigen Bandraum unten gewesen. Und hast jahrelang für dich Musik gemacht. Und weisst du. Hast du das vorgeworfen worden. Ja ja. Logisch. Oder ich meine. So eine Retorte. Von anderen Musikern oder was. Ja. Meistens. Und Journalisten logischerweise. Ja. Weil die wären ja. Am liebsten selber auch. Ja. Was wissen die schon. Ja. Und äh. Was wollte ich jetzt sagen. Äh. Ja. Von dem her. Nein. Ich bin. Das ist wahrscheinlich einfach. Oder. Anders gesagt. Eben Leute. Die es genau so schaffen. Von null. Aus dem Nicht heraus. Und sich hochfighten. Und endlich. Kommt einmal ein Song. Am Radio. Von ihnen. Und dann endlich. Schreibt vielleicht mal der. Aus dem Nicht Parsons. Über die Person. Und endlich. Könnt sie mal. Unser Konzert machen. Wo mehr als nur die Familie. Kommt. Kommt. Wir bist. Das ist schon. Mit dem. Umzugehen. Unser zu lehren. Dass man. Da nicht gerade völlig. Abheben. Oder so. Ist irgendwie. Denke ich. Schwieriger. Als jetzt. Was ich erlebt habe. Kommt. Für. Für Leute, die auch aus dem Nichts raus, über die Nacht und gerade im Blick und gerade eine CD und gerade Gold und gerade Platz 1, ist natürlich die Gefahr auch riesig abzuheben. Bei mir hat das in diesem Sinne gut getan, weil ich innerhalb von kürzester Zeit alles kennengelernt habe und so meine Mutter hat immer gesagt, das ist jetzt mein Lehr, den du machst. Musikstar ist eine Art Lehr, die erste CD, die erste Tournee, so und dann hast du die Lehr abgeschlossen und dann weisst du irgendwie, auf was dich einlassen kann oder auf was alles noch in Zukunft auf dich gekommen ist, ohne dass du dann gerade am Durchdrehen bist. Ich glaube, bei dir war auch noch entscheidend, dass du zwar sehr schnell Bekanntheit erlangt hast, aber beweisen musst du ja trotzdem noch. Also die Tour ist ja dann nicht einfach so voll geworden und die Musik ist ja nicht einfach so gelöst worden. Das heisst... Doch. Natürlich, aber das ist eine Starthilfe. Ja. Aber das zweite Album, da musst du dann schon etwas hinter dran haben. Und ich habe immer das Gefühl, Menschen, die zum Beispiel mega lange Dreck gefressen haben und dann von einem Tag auf den anderen Erfolg haben, die werden zu Arschlöchern, weil sie finden, jetzt zahle ich alles zurück. Ja. So, auf dem Weg hierher wäre auch immer, wenn jemand einen Arsch gesehen ist, zu mir, ich bin jetzt auch Arsch zum Menschen, weil ich habe mir das ja jetzt erarbeitet. Und ich glaube eher, dass wenn es ein Stück weit vorwärts geht oder wenn es mega früh passiert und man dann in dem, eben so quasi wie eine Lehre abschliessen muss und sich in dem muss überhaupt zurechtfinden und keine Lehre, Ich habe das Gefühl, macht es weniger mit einem und es gibt einem weniger den Kurzschluss. Eben, aber ein bisschen paradox, oder eigentlich, ich teile diese These mit dir zu 100 Prozent, weil das sind dann meistens eben die, die mich dann in dem Sinn immer ein bisschen runtergeputzt haben und gesagt haben, ja, was der macht, das kann man sowieso nicht ernst nehmen und eben jemand, der aus einer Castingshow kommt, ist sowieso irgendwie nichts dran. Und das ist irgendwie, wo wir einfach gar nicht haben wollen, die Chance geben oder sich einmal überwinden können, mal reinzuhören oder so, weißt du irgendwie. Und ich glaube schon auch, dass ich dort durch, wenn ich auf irgendetwas ein bisschen stolz sein kann oder so, dass ich mich dort durch nie eigentlich habe unterkriegen lassen und einfach immer doch stetig irgendwie mein Ziel verfolgt habe, meinen Weg gegangen bin irgendwie. Und jetzt, nach 15, 16 Jahren, als ich jetzt unterwegs bin, merke ich auch wirklich von aussen immer wie mehr auch. Ich meine, man muss mal überlegen, wie lange das ist, das ist die Hälfte von meinem Leben fast, oder irgendwie. Ja, dass die Leute merken, hey nein, der Typ ist irgendwie, doch, ist einer von uns irgendwie. Und ich will einfach einer von, ich will nicht etwas anderes sein oder irgendetwas so, ich will eigentlich jemand von, eben, wir wollen ja so sein, wie alle anderen auch, oder? Oder einfach normale Menschen, die irgendwie das Herz am rechten Fleck haben. Aber logisch, das, was wir machen, halt als Beruf, in dem Sinne, ist halt vielleicht schon etwas Spezielles, ja. Was nicht jeder halt machen kann, oder so, ja. Hast du das Gefühl, dass bei Journalisten zum Beispiel, dass ein bisschen angefangen hat, zu kehren, wo du und Philipp dann quasi allein den Sound zusammenstellen? Das ist immer so ein bisschen das Musiker-Ding, irgendwie. Und da habe ich eigentlich noch, in diesem Sinne, ein gutes Management, oder zwei, drei Leute in diesem Management, die sagen, hey, Alter, es interessiert keinen hier aussen. Ob das jetzt eine echte Gitarre ist, ob das jetzt irgendwie eingespielt worden ist, wo irgendwie, keine Ahnung, ja, weisst du, was ich meine, oder? Oder ob jetzt das über so ein riesiges Mischpult, wo, weisst du, was drei Millionen Franken kostet, und man nie darf abstellen, weil es sonst kaputt geht. Oder, weisst du, das interessiert niemanden. Die Leute, die einfach entweder unterhalten werden, logischerweise, wollen können abtauchen in deiner Musik, und wie das entstanden ist, oder was der Prozess ist. Für mich natürlich schon sehr wichtig. Ich habe natürlich jedem schon nicht gedacht, ja, weisst du, wir haben jetzt auch ein eigenes Tonstudio gebaut, und, äh, ich schreibe jetzt alle meine Songs selber, und so, okay, ja. Und das hat gar nichts gesagt. Nein, ich glaube es nicht. Und von dem her, äh, für mich als Prozess, oder in meinem Prozess, also für meine Entwicklung, natürlich, das sind alles, äh, massgebende Sachen gewesen, die mich zu dem gemacht haben, wo ich, äh, heute, heute bin, oder für was ich stand, oder? Die ersten drei Alben mit Roman Gammens sind, äh, äh, Hitmill, oder? Star-Produzent, man kann es nicht anders sagen. Star-Producer kann man sagen, zu dieser Zeit aber auch noch nicht, gell, das vergessen auch viele Leute. Also der Gammens sind, hat dort, äh, vielleicht ein Jahr, zwei, bevor er angefangen hat zu producen, äh, aufgehört mit Subsonic, hat sich ein kleines Tonstudio auch da, äh, irgendwo an der Langstrasse in einem Keller unterbaut. Warte, jetzt muss ich mal überlegen, ist dann, glaube ich, irgendwie zu Universal gekommen, oder irgendwie so etwas, oder hat sich dann, und, äh, langsam, ein bisschen, eben nach Subsonic, sich langsam, ein zweites Standbein, anfangen zu aufbauen, und hat sich da irgendwie, wie, ins Gespräch reingebracht, eben so als Producer, oder so. Und, äh, als ich dann ausgeschrieben bin, bei Musicstar, ist dann schnell klar, dass der Roman eigentlich das, das, das Projekt soll übernehmen, und, äh, ich hatte dann auch extrem viel Zeit mit ihm verbracht. Wir hatten dann auch nicht den Stress gehabt, weisst du, die Gewinnerin musste innerhalb von zehn Wochen ein ganzes Album einsingen, und nach drei Wochen ist es rausgekommen, eben, das habe ich, das sind alles so kleine, kleine, entscheidende Sachen, die passiert sind, damit ich jetzt vielleicht da bin, wo ich bin, weil ich habe natürlich viel mehr Zeit gehabt, ich habe wirklich... Und du hast auch durch das eigener Sound machen können? Irgendwie, ich habe dann auch noch Mundart gemacht, irgendwie, wo auch sowieso gerade aufgekommen ist, aber auch... Damals noch Berndeutsch. Ja, ja, eben, das... Wenn ich heute das alte Zeug anschaue, das stellt mir schon ein paar Haare auf, äh... Aber das ist so, komm, fuck it! Aber was ich will sagen, ist, der Roman hat schon massgebende, äh, die Rollen übernommen, nicht nur vom Produzent, sondern auch vom, in dem Sinne, Visionär, kann man schon fast sagen, wo er mich dann sieht, wenn das Album fertig ist, wie ich mich irgendwie irgendwie ein bisschen präsentieren bei den Leuten, oder so, und hat mich so in dem Sinne schon geformt. Und das ist dann drei Alben lang eigentlich super gelaufen, das war toll, äh, aber auch... Ja, der Roman kann auch recht brutal sein, und er hat mich dort eigentlich wirklich in den drei Alben abgehärtet. Dass ich am Schluss sage, okay, äh, wir haben zwar mega Erfolg gehabt, und alles ist cool gewesen, weisst du so, aber er ist schon, er kann schon auch ein ganzer brutaler Mensch sein. Also, weisst du, und ich, eben, ich war 20. Ja. Und ich so, wö, was läuft denn, Mann? Also, ich gehe jetzt... Also, was heisst du brutaler Mensch? Ich gehe jetzt heim, weisst du gehst heim, du schreibst jetzt noch den Text fertig. Achso. Ich gehe jetzt mal hier, nein. Das habe ich aber von ihm. Ich lasse eigentlich nicht mehr schlafen. Ich stand jeden Tag auf, mache mein Zeug, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wie bei jedem auch. Und, äh, das habe ich sicher, ich habe vieles ihm zu verdanken. Aber dort, nach dem dritten Atem, ist wieder ein Moment gekommen für mich, um zu sagen, okay, auch wieder wie eine Art der Leer gewesen. Und jetzt muss ich mal auf den eigenen Füssen stehen. Und dann haben wir dann auch unser Zeug von selber machen. Aber ich glaube, das ist ja auch ein Zeichen von langfristigem Erfolg. Ist ja auch eine Weiterentwicklung. Und vielleicht ist nach aussen, ist die nicht so spürbar, ähm, weil, eben, die Leute interessiert es gar nicht so, dass du jetzt selber ein Studio hast und dass du das selber alles machst. Und trotzdem spüren es die Menschen irgendwie unterbewusst, dass sich der Sound weiterentwickelt. Und, und, also, ich kenne den Roman nicht gut, aber vielleicht wäre es mit Album 4, 5, 6, wäre es nochmal dasselbe, nochmal dasselbe, eins zu eins gewesen, dass die Leute dann irgendwann gefunden haben, ja, langweilt mich. Also, weiss ich nicht. Kann sein? Eben, das kann alles sein. Aber es ist vor allem für dich persönlich wahrscheinlich. Ich glaube, ist das matchentscheidend gewesen für mich und für meine Entwicklung, ganz klar. und, äh, ja, hallo. Kreis 4, du, es geht ab, du. Es geht ab. Ja, hallo. Was ist jetzt du als Basler, musst du einen Kreis 4, deinen verdammten Scheiss Podcast kaufen, das verstand ich auch nicht. Kennst du Regional und... Ja, wer wohnt in Zürich? Ja, hallo. Ja, für das wäre ich auch gerne auf Basel wieder machen. Das ist schön. Was wollte ich sagen? Ja. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo die Weichen neu gestellt werden. Für mich ist ganz klar. Mhm. Weil jetzt habe ich eben... Wer hätte schon... Ich habe Angst. Nein, nein. Alles gut. Ich habe jetzt neun halben gemacht. Neun halben, Mann. Das ist krass. Sehr viel. Und, äh, und jetzt merke ich, bin ich an einem Punkt. Jetzt muss der nächste Step kommen von mir, ja. Mhm. Weil ich weiss, wenn ich jetzt so wieder weitermache wie bisher, dann kommen wir genau an den Punkt, wo du gesagt hast mit dem Roman, noch das vierte, noch das fünfte. Ich glaube, die Leute haben mich gerne nach wie vor irgendwie draussen und, ja. Aber gleich, äh, die Leute sind auch nicht dumm. Und irgendwie, die muss man schon immer wieder neu holen. Und vor allem in einer Zeit wie heute, ist es so mega schwierig. Ähm, in der Welt, wo einfach überflutet wird. Man kann es nicht anders sagen, oder? Mit Informationen, mit Musik, mit News, mit Zeugen und Sachen. Da, seinen Platz können zu finden in der Welt. Und auch sein Publikum vor allem können zu finden. Mhm. Ich meine, wenn ich ein Konzert mache am Samstag oben, dann kannst du davon ausgehen, dass im Umkreis von 30 Quadraten, äh, 30 Kilometern, 40 andere Events und Sachen auch stehen. Also es ist wirklich, und ich glaube, das kann man niemand sagen, ausser der Tricola und der Traufer, dass es nicht verdammt schwierig ist, äh, sein Publikum zu finden und irgendwie die Leute zu sich, äh, in ihre Welt zu lassen, ja. Mhm. Machst du so Tarantino-mässig, der hat ja gesagt, er macht 10 Filme und dann hört er auf. Ja. Machst 10 Alben. Und dann höre ich auf. Ja. Und mache. Ich höre dich? Und Podcast. Und Podcast. Nein, ich habe immer gesagt, ich will ja nie so enden wie du, habe ich immer gesagt. Oder? Weil das ist für mich so, das ist so ein Hilfenschrei im Kreis 4, oder? Ich will auch nicht, dass du enden wie ich. Nein, aber wenn du sagst, weicher neu gestellt werden, hast du schon einen Plan? Ja, ich habe in mir ganz tief innen einen Plan. Komm jetzt näher ans Mikrofon. Ja. Ganz tief innen hast du einen Plan? Aber das sagst du natürlich jetzt noch nicht. Ich habe mir einfach sagen, jetzt bin ich 33 und wenn nicht jetzt, wenn dann. Also weisst du, ich habe Charaktereigenschaften, die jeder Mensch hat. Ein bisschen ausgeprägter oder ein bisschen weniger, aber ich habe zwei, drei Eigenschaften, wo ich mir einfach brutal, sorry, das ringt mich selber. Das ist halt ein schwerer Ring. Ja, der trützt mich immer, aber gedämmt mich. Ich habe zwei, drei Eigenschaften, da stand ich mir selber einfach im Weg. Mhm, zum Beispiel? Ich will es allen, meistens allen immer recht machen. Das kenne ich, das kenne ich. Und eben die Demut und die Dankbarkeit am Anfang meiner Karriere von den Leuten, die mich unterstützt haben, das ist einfach so, wenn mich jemand von aussen so ansieht, der mich gut kennt, dann sagt er einfach, hey Alten, jetzt hör mal auf mit dem Kindergarten und stand an und sag, was du willst oder was du eben nicht willst. Und hör auf, immer den Leuten alles müssen wollen zurecht machen, damit einfach irgendwie ein bisschen Harmonie herrscht oder irgendwie so. Und dort muss ich einfach noch mehr lernen, wirklich irgendwie, ich kann es nicht anders sagen, als einfach, ja, ein Mann zu sein und auch nicht zu stehen und zu sagen, hey Jungs, so läuft es, oder? Und man kann es nicht immer allen recht machen. Weisst du, auf deinem Weg. Ja. Es gibt immer wieder mal irgendjemanden, wo man vielleicht halt dann irgendwie nicht mehr zurücklassen muss, oder weisst du, wie ich meine, irgendwie. Und das fällt mir brutal schwer. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Menschen eh schon eine Meinung von dir haben. Das ist das, was ich immer feststelle. Wo ich so das Gefühl habe, hey, ich habe jetzt, glaube ich, zu dieser Person bin ich jetzt, glaube ich, immer nett gesehen. Wenn ich dann aber irgendwann herausfinde, die hat mich sowieso ein Wichser gefunden. Also was willst du denn machen, weisst? Dann ist die Meinung so gefestigt, dass das gar nichts bringt, eigentlich. Oder, genau, und ein Ding ist auch, ich mache mir viel zu viele Gedanken. Was könnte die Person jetzt denken, wenn ich das sagen würde? Weisst du? Ja. Und manchmal schaffe ich es, dass ich etwas sagen kann. Und dann, okay. Und ich so, okay, jetzt habe ich mir eine Woche lang den Kopf zerbrochen und habe mich durchringen müssen und all meinen Mut zusammen, um zu sagen, hey, sorry, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, an deine Hochzeit zu spielen. Mhm. Ah, easy, ist doch kein Problem, ja. Ah, okay, cool, danke. Das ist ein dummes Beispiel. Ja, ja. Aber so in der Art und Weise. Aber das ist noch ein spannender Punkt, weil wir haben es schon mal über das gehabt. Ja, du bist ja schon sehr vaginational, du gehörst schon fast dem Volk. Also ich habe zum einen das Gefühl, die Menschen in der Schweiz haben ein gewisses Gefühl, sie haben Anspruch auf dich. Und du unterstützt das natürlich ein Stück weit, eben weil du gehst an extrem viele Hochzeiten spielen, weil du sagst, wenn die mich wollen und Freude haben, dass ich komme spielen. Und das ist mega geil, weisst? Und du bist, alles easy. Und du bist auch irgendwie viel unterwegs. Und hast keine Mühe damit, die eben unter die Leute zu mischen und mit denen zu sprechen. Du machst hier ein Sprüchchen, hier ein Sprüchchen. Und ich weiss zum Teil nicht, ob das dann eben irgendwann kehren kann, im Sinne von, wenn man dann mal Nein sagt, dass die Leute sagen, was soll das jetzt, weil du eben quasi den Anspruch erheben auf einen Menschen, oder? Also ich fände das natürlich schön, also wenn ich, keine Ahnung, wenn die Leute, das spüre ich manchmal auch, Einer von uns eben, komm, jetzt komm, komm, ein Bier zu saufen. Und dann machst du es auch. Selten. Aber ja, eben, komm, wasch ich da und so und deck hier irgendeinen Klapfenverrücken und hier ein Foto. Easy, voll easy, oder? Lieber so, als wenn die Leute das Gefühl haben, das ist so unabbar. Oder weisst du irgendwie, nein, weisst du, so überhaupt nicht. Finde ich, auch ein Roger zum Beispiel, strahlt für mich, obwohl er grösser nicht sein kann als er, trotzdem auch irgendwie eine Nähe aus irgendwie und so einen kollegialen Approach irgendwie, dass ich sagen kann, doch, wenn ich jetzt den sehen würde, der würde jetzt nicht durchgehen, wenn du jetzt schon hingehen und sagst, hey, können wir zusammen ein Foto machen, weisst du? Aber das ist geil, das macht es ja niemand. Genau, ja. Er steht an der Basler Fastnacht, steht er einfach ohne Kostümierung nichts, steht er einfach am Strossenrand und niemand macht etwas. Es gibt dann, das ist zum Teil ein bisschen mühsam, es gibt dann so die Fotos von der Ferne und so, wo es einem dann fast lieber ist, wenn die Leute kommen und sagen, hey, können wir schnell ein Foto machen? Weil das versteckte, also ich habe das einmal alle zwei Jahre und du hast das jeden Tag für siebenmal etwa. Nein, aber was wollte ich sagen, dort bin ich gleich wie du. Fussballer, logischerweise FCB, Köch, Roger, wenn ich diese gesehen würde, werde ich auch zum Fan. Und dann wirklich, es hat schon Situationen gegeben, wo mich Philipp, mein Studiopartner, gesehen hat. Einmal sind wir in eine Tankstelle reingelaufen, dort wo wir ein Studio haben. Da ist so Kaiseraug, Streifelde, dort wohnen auch recht viele Spieler. Und die Wahrscheinlichkeit ist noch gross, dass man dort mal einem Spieler über den Weg läuft. Vor allem an einer Tankstelle. Ja. Und dort haben wir ein bisschen eine wild durch die sechte Nacht gehabt. Und ich bin dort wirklich in den Shorts, in den Adiletten, in der Sonnenbrille, irgendwie mit einem Käppchen, so in die Tankstelle reingeschluft. Und dann sehe ich den Michi Lang, der ehemalige Verteidiger des FCB. Michi! Und dann wirklich durch den ganzen Laden, ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Michi! Michi! Ich habe die Brille abgezogen, wie ein Idiot. Michi, kennst du mich? Hey, du weisst schon, wer ich bin, oder? Hey, Bashi, was machst du denn? Und ich so, ja, 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 ich gehe immer noch Musik machen und so. Okay, cool. Und dann, ich stelle immer die gleichen drei Fragen. Hey, wie war das Trainingslager? Ist alles gut gegangen? So? Bist du fit? Und Philipp nebenan denkt einfach so, hey Junge, entspann dich mal. Das ist einfach ein Mensch, der jetzt gerade sein Auto am Tanken ist, oder? Irgendwie. Aber da spüre ich mich wirklich selten. Und das Letzte war bei Roger Federer. Er hat so ein Gala-Essen gegeben in einem Hotel, wo er dann als Special Guest gekommen ist. Und wir sind dann auch da gewesen. Und ich natürlich so, Mann. Und dann ist er wirklich dort so auf dem roten Teppich gestanden, hinter der Fotowall irgendwie. Und jeder Gast hat eigentlich zu ihm kommen und ein Foto machen. Und ich war dort mit dem Günther, Elvira und Alana da gewesen. Ich bin nicht eingeladen gewesen, es war der Günther eingeladen gewesen. Ich bin dann einfach mitgegangen. Das ist aber schon noch geil, wenn man als einer der größten Popstars einfach das Plus Eins ist. Genau. So ist das auch gewesen. Und natürlich hat jeder Mensch ein Ego. Und ich habe den Roger schon mal getroffen vor 14 Jahren, als ich mit Musicstar am Swiss Sports Award Auftritt hatte. Ja. Lust in love, my dreams come true. Leave my heart, I follow you. Und dort habe ich mit ihm ein Foto gemacht. Ja. Und mit der Katina dazumal. Ja. Foto finde ich natürlich nicht mehr. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, hey, er kennt mich echt. Ja, ja. Weisst du, dort habe ich dann schon auch ein Ego. Und bin ich wirklich so, jetzt gehe ich einfach easy hin. Ich sage, hey Roger. Und dann nimmt sie mich auch wund. Da hat er irgendeinen an. Lass, du hörst die Schweizer Musik. Der ist die ganze Zeit auf der ganzen Welt, bekommt er irgendetwas mit. Er sagt ja immer, ja, liest du mal ein bisschen Zeitung da, ein bisschen so. Und er hat mich dann tatsächlich gefragt, wie es auf meiner Tour gegangen ist. Mhm. Und dann bist du natürlich innerlich fast explodiert, oder? Ja, das habe ich natürlich voll geil. Ja, eh. Ja. Weisst du noch, wo wir DJ Antoine gesehen haben? Nein. Im Drehkönig. Dort hast du dich ja kurz nicht mehr gespürt. Ja, der DJ Antoine hat für mich eine Ausstrahlung. Was soll ich das sagen? Ich meine, was er abzieht, oder? Business. Auch mit seinem Style, wo er durchzieht. Auf die Leute nicht schiesst, aber du weisst, was ich meine. Auf ihre Meinung vor allem schiesst. Chapeau, oder? Seien wir ehrlich. Er hat eine Figur kreiert, wo er durchzieht. Ja, er hat sich etwas aufgebaut. Er hat sich etwas erschaffen, wo er polarisiert, wo er ganz genau weiss, es ist alles so berechnend eigentlich. Und dort natürlich auch auf mich, oder auch auf dich eine gewisse Ausstrahlung. Absolut. Und wenn man dann sieht, ja, dann hängt man dann mal der Freundin schon das Telefon ab, während man schon mit ihr am Telefonieren ist. Eben, du weisst es doch noch. Wir sind da rein gelaufen, und er sitzt so dort, irgendwie mit so zwei Dudes, irgendwie Business-Talk, und du bist ja am Telefon mit der Alana, und danach kommt und sagt er, hey, Boys, oder irgendetwas, und wir sind so, ha, da hat man. Und du hängst ab, hast nicht einmal Tschüss gesagt. Und Alana, das letzte, was sie hört, ist einfach so, hey, hoi, und klick, einfach weg. So, danach haben wir einen getrunken, und irgendwann, mega nett, ist sogar noch Tschüss sagen, ist extra zu uns gekommen, und dann bist du der Geist, du stehst einfach so auf und sagst, hey, weisst du, wo ich morgen bin? Weisst du, wo ich morgen bin? Und er so, nein. Und dann sagst du, Sam Moris. Und er ist einfach der coolste, weil du bist irgendwo in Basel, und er sagt, ja, bin ich morgen vielleicht auch. Keine Ahnung, ob es so ist, oder? Doch, ich gehe Pop fahren, voll geil. Ja, nein, das könnte ich nicht. Nein, da würde man die Hose machen. Hey, also, macht's gut. Tschüss zusammen. DJ Antoine, Eid. Aber, er ist wirklich, was du gesagt hast, er ist halt der Meister von der Inszenierung. Ich hatte mal für Energy ein Interview, wo er damals noch in Sissach eine Villa hatte, mit dem Studio unten, und dem ganzen Programm. Du bist drin gewesen. Ja. Und das Geile ist, er war eine halbe Stunde, dreiviertel zu spät. Und sicher bewusst. Ja. Weil, dann seine Mitarbeiter uns zuerst einmal die ganze Hütte gezeigt haben, und dann, wenn du etwas trinkst, dann gehst du zum Kühlschrank, wo gerade neben der 100'000 goldigen Schallplatten ist. Und dann sagst du so, gefüllt mit Moe und Crystal. Ja, ja, und natürlich irgendeinen Partner, den er hat. Weisst du was? Hey, wir haben hier eine spezielle Limonade, schmeckt mal, die ist geil, gell? Und dann sagst du so, mega viele goldige Schallplatten, und dann geht's los. Und da ist eben auch noch einmal rum, sondern irgendeine Mitarbeiterin sagt, ja, auf die sind wir sehr stolz, weil, das ist das erste Mal, wo man überhaupt, und Welcome to Saint Tropez ist jetzt gerade auf 100 Millionen Views gegangen, wahrscheinlich mittlerweile eine halbe Milliarde, oder was weiss ich, und das, 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 das. Und irgendwann, drei, vier Stunden später, macht's. Boboom, die Türe geht auf, und dann hörst du so, Hello everybody! Und dann kommt er mit seiner riesen Sonnenbrille, und dann geht's einfach los, dann ist es wirklich einfach so schnell, hey, hey, und irgendwann, komm, jetzt machen wir schnell alle zusammen Fotos, und dann, jetzt machen wir so eins, dann machen wir so eins, jetzt du und ich allein, und das Mikrofon dort, und danach geht's 10 Minuten, und ich habe, mein Handy ist aufgelosen, mit Instagram, das Bild, mit dem, mit dieser Caption, Twitter, ein anderes Bild, mit einer anderen Caption, dann Facebook, also, also, es ist einfach, es ist auf die letzte Sekunde perfekt inszeniert, und, und das, das hat schon so etwas wie eine Bewunderung, verdient von mir, absolut. Und, wenn dann mal abgesehen vom Scheinwerferlicht, und so, ihn mal wirklich in einem persönlichen Moment triffst, ist eigentlich für mich voll, ein sympathischer Typ eigentlich, von Künstler zu Künstler, kannst du wie nichts sagen, irgendwie, oder? Ja, ich kenne ihn nicht wirklich gut, ja, aber auch schon, ich habe zwei, drei, wir haben da schon miteinander telefoniert, weil er mal einiges hat wollen, hat mal einen Song gemacht, und gesagt, hey Baschi, komm, du musst das einsingen, ja, ist das, der, was James Gunz denn gemacht hat, James Gunz hat mal einen Song gemacht, mit dem DJ Antoine. Okay. Dann hast du das nicht gemacht, oder was? Ja, nein, da konnte ich mich nicht dazu. Irgendwann hat mein musikalischer Stolz und ich gesagt, nein, mach es nicht. Aber eben, ich habe es fast gemacht, auch wieder, weil ich einfach nicht Nein sagen kann. Aber dort habe ich einfach gesagt, nein, das kann ich jetzt einfach nicht machen. Ich habe es wochenlang überlegt, wie sage ich es? Ich habe mich einfach nur gemeldet. Aber dort durch ist er auch, dort durch ist er, das schreibt er dir aber nicht mehr, gell? Ja. Also dann ist es vorbei. Ja. Also jetzt, ich meine, hoffentlich ist das jetzt verjährt und wenn wir uns sehen würden, dann easy. Aber dort musst du nichts mehr wollen. Ich weiss von jemandem, der von ihm ein Jobangebot gekriegt hat, für sein, wie heisst es, Antoine Lifestyle? Ja. Seine Brand mit eben noch Weih und Kleider. Konrad. Konrad Lifestyle, so. Und die Person, die ich kenne, ist angefragt worden, von ihm quasi Geschäftsführer zu werden, von diesem ganzen Ding. Wirklich so, Marketing da, 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 da. Und dann nachher wirklich ihm da den Schmus gebracht und gesagt, hey, du warst genau der Richtige dafür. Und dann nachher sagt der Typ dem Antoine ab und dann hat er gesagt, das kürzeste Telefonsprüche in meinem Leben. Es ist wirklich einfach so, hey, ich habe es mir im Fall überlegt und alles klar, kein Problem, mach's gut, tschüss. Aufgehängt. Vergiss es. Ja, aber eben, er macht, er macht, er macht richtig gutes Business. Und du, wenn du sagst, weißt, Fussballer, all das Zeugs, du hast mehr als regen Kontakt mit einer Fussballlegende in Form von Günther, Netzer, kannst du das, kannst du das mittlerweile abstrahieren oder ist die Gesellschaft immer noch die Fussballlegende? Nein, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, wieso wir uns dort so lieben und gern haben, das meine ich wirklich ernst, menschlich, ist einfach, weil er genau sieht, das ist ein Mensch, wo ich sehr, wie soll ich das formulieren, es ist ein Mensch, der extremstens ein Gespür hat für andere Menschen. Also, wenn du, der liest dich, ich sage jetzt mal, nach drei, vier Treffen oder so, weisst du, hat er dich gelesen, kann er dich einordnen, hat sich ein Bild gemacht in dem Sinn, wo meistens nicht ganz falsch ist. Was er einfach gespürt hat bei mir und wir auch wegen dem eigentlich nicht lange gebraucht haben, zum, dass ich dort wirklich auch schon ein Teil von der Familie geworden bin, ist einfach, glaube ich, und das ist auch einfach mein Rezept, oder was heisst das Rezept, das ist nicht gespielt, wieso bin ich auch als Künstler, ich bin einfach authentisch. Also, ich lasse dort einen Spruch raus, ich komme dort einmal so, ich mache dort einmal das, aber ich bin auch der, der dann sehr aufmerksam ist und mal, weisst du, keine Ahnung, mal eine Flasche Wein vorbeibringt, mal die ganze Familie auch mal zum Essen einlässt, obwohl es das bei ihm absolut das No-Go ist, weil wenn er mit jemandem gut geht, dann zahlt einfach er, aber das ist einfach ein Gesetz, das nicht gebrochen wird. Also, ich habe dort schon Streit gehabt, ich habe schon Streit gehabt, weil am Anfang habe ich das nicht gewusst, ich dachte, jetzt muss ich da mal irgendwann mal eine Geste machen, dann sind wir irgendeinem Restaurant gewesen, wo ich, weisst du, wenn er reinkommt, alles schon parat, oder Günther, ja, keine Ahnung, der Weiswein will er das immer trinken und ich natürlich so zu den Ober, der Oberschlaumeier, und ich habe, ich muss mal schnell aufs WC, und ich gehe die Rechnung zahlen, dann kommt der Kellner am Tisch, und er sagt, jetzt bitte zahlen, und er sagt, ja, der junge Herr hat doch schon zahlt, und er hat mich angeschaut, natürlich, das geht gar nicht, oder, das ist wirklich, das ist halt, das ist halt, das ist jetzt Beleidigung, ja, das ist alte Schule, und, und, nein, ich muss wirklich sagen, er ist einfach so, irgendwie down to earth, irgendwie, und er behandelt jeder Mensch, ob es jetzt ein Zimmermeitel ist vom Hotel, weisst du, oder ob es irgendwie der Portier ist vom Hotel, oder irgendwie so, er behandelt alle gleich, er ist lustigerweise auch im Sternzeichen Jungfrau, wie ich auch, und die Ehefrau von ihm hat gesagt, zu der Tochter, Alana, solltest du jemals einer Jungfrau begegnen, säckele einfach ab, und dann so nach dem ersten, was bist du denn für ein Sternzeichen, so Jungfrau, und sie so, oh nein, und eben, vielleicht, also ich weiss auch nicht, ich bin nicht so ein Astrofreak, aber wir sind schon recht ähnlich, ich weiss auch nicht, ob er vielleicht irgendwie durch mich sich gesehen hat von früher, weil ich meine, er ist einfach, das muss man einfach sagen, wie du es gesagt hast, er ist einfach, dazumal ist er einfach, der fucking Popstar gewesen, was der Cristiano Ronaldo, oder wie sie alle heissen, heute sind, ist er vor 40 Jahren schon gewesen. Ja, plus dann noch mit der zweiten Karriere als Fernsehexpert noch. das hat er sich dann unsterblich gemacht, also in Deutschland, ich meine, mit seinem Namen könnte ich wahrscheinlich auch nicht in Deutschland wohnen, das ist genau das Gleiche, die Leute, wenn wir am Match, manchmal gehen wir mal in Bayern schauen oder so, dann laufen wir dort richtig Stadion, dann voll easy, da kommt kein Meter weit und die Leute dann nicht so, Entschuldigung, sondern auch in Arm nehmen, Fotos hier, reden so, er ist genau gleich, irgendwie volksnach, wie ich eigentlich auch irgendwie und das ist eigentlich noch recht lustig. Ich habe ihn ja einmal kennengelernt bis jetzt, als wir auf München ans Oktoberfest sind und er ist wahnsinnig herzlich und dort habe ich einmal checkt, dass es, eben, ich als kleiner Schweizer, dass es deutlich noch mehr gibt, als einfach mal so Menschen, wie ich sonst kenne, die eben im Ausgang angelabert werden, also mit dem Bandrit kannst du nicht in einen Club, weil jeder Mensch kennt den Bandrit und es ist trotzdem nicht das gleiche, wenn dann eine Legende, wie der Günther, vor dem einten Zelt auf der Wiese einfach losläuft und 16-Jährige, die ihn auch nie haben gesehen, live spielen, die ihn wahrscheinlich auch nicht wirklich als Experten gesehen haben, ausrasten, weil wir sind halt ein paar Meter hinterher dran gewesen und dann haben wir es natürlich mitgekriegt, einfach so, oh mein Gott, dieses Günther Letzer, wow, so, wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen, ich als kleinste, denke, wahrscheinlich der Roger, aber in der Schweiz habe ich noch ein bisschen gemässig, und dort ist es wirklich einfach so, der Günther, mein Gott, und vor allem dann auch, wenn wir dann ab und zu mal so Familienferien, die dann auch im Ausland sind, also weisst, wo dann auch der Italiener, oh, Günther, weisst, dazu mal die Real Madrid, ich meine, der hat bei Real Madrid gespielt, der hat Storys, natürlich Storys, und das ist unfassbar, weisst du, das ist mit dem, mit dem, Paul Breitner, ist ja so eine Legende, ja logisch, mit, mit der steilen Friesen, mit der geilen Frisur, ich glaube, in der gleichen Wohnung gelebt, Paul Breitner unter Günther Netzer, und dann über das Wochenende mit dem Chat auf Las Vegas an der Frank Sinatra Show, und wieder heimgeflogen, also weisst du, also der hat Storys auf Lager, und das krasse, das ist wahrscheinlich, das krässte, was jetzt passiert ist, ist eigentlich vor ein paar Monaten, oder vor zwei, drei Monaten, wo wir auf München Gladbach sind, das ist wie der Karl Leodermatt beim FCB, oder, eine Legende, das ist sein Verein, München Gladbach, und dann hat er eine Sonderausstellung, Günther Netzer, wo sie, er hat ja während der Aktivzeit, hat er noch einen Club gehabt, also weisst du, einen Dance Club, ja, Lover, Lover's Lane, Lover's Lane, der Club ist pechschwarz gewesen, schwarze Wände, schwarze Decke, schwarzer Boden, schwarze Bar, es ist alles schwarze, so Berlin Style, voll, ja, und die Bar, haben sie in dem Museum, für ihn nachgebaut, was weisst du nicht mehr, also es ist wirklich, das ist wirklich, und dort sind, da sind andere Weggefährten, dabei gewesen, die ihn gelobt, also die Laudatio gehalten haben, und dort merkst du dann wirklich, okay, Weltmeister, Europameister, zweimal Fussballer des Jahres in Deutschland, eben über Köpfe-Sieger, das ist schon krass, das ist wirklich, aber, aber, ich rede ab, mehr, mit ihm, er interessiert sich mega, für mich, weisst du, was läuft bei dir, wie sieht es so aus, bla bla bla, bla bla bla, und wir reden wirklich viel, und er gibt mir auch, finde ich, wertvolle Tipps auch. Und kommt dann mal schnell an ein Konzert, und keine Sau kriegt es mit, sondern wirklich, so kurz bevor es losgeht, schnell oben rein, in Basel, ja, schaue die ganze Show, nachher gerade wieder weg, also eben macht er kein grosses Tamtam um sich, im Gegenteil. Das hat es ja voll nicht mehr nötig, oder? Mhm. Ich meine, das soll jetzt wirklich, Kopftalien, ja, das soll jetzt das Leben schillen. Ja, und das habe ich eben auch gemerkt, als wir in München gewesen sind, was übrigens ein grossartiges Wochenende gewesen ist. Aber du, ersparen wir uns jetzt, äh, weitere Details. Ja gut, dass du auf der Bühne hättest, solltest singen, das können wir mal erzählen. Also es ist ja so eigentlich, der Günther hat ja eigentlich auf der Bühne sollen singen. Und der Günther hat mir gedacht, ja, fragen Sie, fragen Sie den jungen Herren da. Und dann haben wir uns ja in dem Sinn, eben, wenn wir dann in unserem sozialen Wahnsinn sind, und auch ein bisschen mit dem Pegel, dass alles ein bisschen stimmt, dann bin ich auch gerne mal da, der sagt, schau mich jetzt auf die scheisse Bühne, ich gehe jetzt dort singen. Wir sind im Schützerfestselt gesehen, und auf einmal heisst es, irgendwie am halb 10 Uhr oder so, die beste Zeit, wo wirklich einfach die Bude kocht, 4000 Leute singen jedes Lied mit, heisst es, hey, kannst du das Lassolied? Ich so, pff, ja, ich weiss die Melodie und so, du musst mir helfen, wir müssen das jetzt zusammen singen. Ich so, weiss, wo, auf der Bühne. Dann sind wir schon auf dieser Bühne gestanden, die ganze Band da oben, und dann ist es, glaube ich, wirklich unser Glück gesehen, dass nicht alle von der Band das mitkriegen, haben, dass das so etwas passieren sollte. Irgendwann hat einer gefunden, so, jetzt verpisst euch, so wirklich, gönnt mal ab von der Bühne, was soll das überhaupt? Aber das Geilste, wir sind sicher 20 Minuten dort oben gestanden, und du immer so, also wie geht es jetzt, hol das Lassol raus, und dann hieß es rauf, hol das Lassol raus, und dann hat immer wieder mal der Günther so an seinem Tisch gesessen, und hat so gewunken, so, freut sich, dass jetzt dann bald gesungen wird, und ich sage jetzt mal so, zum Glück für alle, ist das nicht passiert. Also ich habe mein Gesicht verloren. Es hat irgendein Schweizer und müssen filmen, dann war das zum Blick geschickt worden. Wir wären ausgefiffen worden, wir hätten in der Leibzeit ein Wiesenverbot bekommen. Aber ich habe meinen Wiesenmoment gehabt, letzte Woche, bin ich auf der Bühne gewesen, als der Büsser den DJ gemacht hat. Ah, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, auf irgendeiner Instagram Story. Ja, der Büsser den DJ, Hanselmanns Wiesen, und du hast, hast schon ein bisschen so Schunkellieder gemacht. Nein, ich habe einfach, nein, ich habe gesagt, der Büsser, der Büsser hat gesagt, hey, ich spiele noch bringen, nein, und dann habe ich gesagt, ja, wenn du spielst, komme ich vielleicht noch schnell hoch, ist gut, also okay. Ich gehe jetzt nachher ins Mikro wieder. Ach, du nimmst es zurück. Und dann hat es gespielt, und dann bin ich hoch. Wirklich? Es ist einmal eine gute Stimmung in der Murezelgese, oder? Was war der Tank? Gerinnert wie am anderen Tag? Gut, das hättest du auch gehabt, wenn du dich gespielt hättest. Aber ich möchte nochmal schnell auf deine weiche Stelle. Nein, nein, der ganze deprimierende Nachmittag. Nein, es ist überhaupt nicht deprimierend, sondern ich will eigentlich dort eben anknüpfen. Das Ding heisst ja Feel Good Podcast, ich erwähne es jedes Mal, mindestens einmal. Und du hast schon ein bisschen Kulinarik erwähnt, und ich denke mir immer so, wenn man weicher stellt, wie man das will nennen, wenn man sich mal überlegt, was will ich eigentlich machen, dann überlegt man immer zuerst an den Sachen, die man gerne macht, die einem ein gutes Gefühl geben. Bei dir ist schon sehr viel Kulinarik. Voll. Ich weiss auch nicht, wenn das gekommen ist, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich ist das auch eigentlich nach Musicstar, weil ich bin dort gerade vielleicht noch nach Musicstar vielleicht noch ein halbes Jahr zu Hause gewohnt, und dann aber schon in eine Wohnung zu zügeln und halt auch allein müssen schauen, dass es so etwas zu essen gibt. Und dort glaube ich auch schon einfach ein bisschen kochen und machen und tun. Und irgendwie hat sich das immer wie mehr, dass ich die Kochsendungen kam, die coolen, die mega toll gefilmt und zügende Sachen. Dann eben, so Begegnungen mit Tanja Grandiz, dann einmal den Pascal Schmutz kennengelernt, ich habe mal ein Geburtstagsgeschenk bekommen, und ich konnte auf Ascona ins Seven kochen, dass ich mir mein eigenes Dreingangmenü in diesem sehr, sehr Haute Cuisine-Laden mit Unterstützung der Küche-Crew kochen konnte. Und dort habe ich eigentlich als erstes mal den Schmutz kennengelernt. Und dann haben wir es gemacht, ein Rindsfilet, klingt jetzt langweilig, aber es ist noch geräuchert und gemacht und da und dann irgendwie ein Dessert, das aussieht wie eine Zigarre und dann noch mit den Aschen, aber es ist natürlich alles können essen. Und irgendwie habe ich einfach die Welt, die sagt mir einfach zu. Weil, ich glaube, vielleicht nicht nur das Kochen in dem Sinne, sondern einfach so im Allgemeinen einen guten Gastgeber zu sein. Also, ich bin, ich glaube, ein sehr, wie sagt man das, ich habe nicht unbedingt die Spendierhose an, aber ich tue gerne, ich bin kein knauseriger Typ, glaube ich, irgendwie. ich lade gerne jemanden ein, oder wenn es etwas Schönes ist, das man zusammen geniessen kann, oder so, dann bin ich nicht der, der, oh, jetzt habe ich dummerweise mein Sport noch nicht zu Hause vergessen, eigentlich praktisch nie. Und, ja, und auch wenn Leute zu uns heimkommen, oder so, dann gibt es nicht einfach, nicht als es schlecht wäre, aber dann nehme ich mir Zeit, und wenn es Spaghetti würde geben, dann mache ich die aber auch selber so, einfach das ganze Handwerk fasziniert mich extrem, aber auch Produkte und, 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 wie soll ich sagen, ja, viele Leute haben einfach das Gefühl, die Milch, die kommt einfach aus dem Coop, oder, oder, oder das Fleisch aus dem, weißt du, irgendwie aus der Tiefkühle, und, das ist halt schon, in meinem Verständnis, schon nicht so, oder, also, mich interessiert das, oder. Es sind ja verschiedene Bereiche, es ist ja, der Mensch, der geniesst, wo, wo, du sicher dazu gehörst, wo, wo sagt, wenn ich jetzt eben gehen und gehen essen, dann hat, komm, wir nehmen das, wir sind schon ein paar Mal zu essen, und dann hat sie, oh, geil, oder, komm, wir nehmen das Stück Fleisch, und nehmen das spezielle Gemüse dazu, so krilliert, und da, da, und, und mit dem auch noch, nicht einfach irgendein, irgendein, Pfützen, wie, sondern, das gehört dann alles zusammen, so, oder? Aber, bei dir ist eben spannend, dass du, dass du die Wirklichung von A bis Z mit dem auseinandersetzt hast, wie du gerade gesagt hast, die Milch ist nicht einfach im Kielschrank, und, und einerseits, woher kommt das zu nichts, und andererseits, wie verarbeitet man das denn noch, also, ich behaupte, du gehst, das hat man ja gesehen, wo du mit dem Pascal Schmutz, ein grossartiger Koch, wo dir zusammen mit einem Foodtruck unterwegs gewesen sind, da bist du in der Küche gestanden, und hast, und hast nicht nur am Schluss ein Liedchen gesungen, sondern du hast da wirklich, stundenlang, hast du, hast du kocht, und hast, dort ist ja dann wirklich die Arbeit, weil dort ist ja nicht, ich mache einmal ein Essen, da, das Essen wir jetzt zusammen, sondern sie ist, du machst 17 Mal, in 10 Minuten machst du die gleiche Würstchen, und das noch. Das ist auch etwas, ich muss es ganz ehrlich sagen, das ist etwas, wo vielleicht noch, manchmal ist es mir ein bisschen fehlt in meinem Leben, wirklich so ein bisschen die Arbeit, auch mit den Händen, oder halt auch die Arbeit, dass du weisst, okay, du stehst jetzt am Morgen auf, und schaffst den ganzen Tag, an etwasem, und in der Musik, oder auch bei dir, im Comedian Bereich, das ist, das ist, das ist, das ist schwierig zum Anlängen, die Materie, oder, es passiert dann irgendwie, und man hat dann aber auch Konzerte, und es ist ja auch wirklich, eine Arbeit, und ein Job, so, und, und das ganze Gastrozeug, ist für mich halt, gleich auch nicht mehr durch, ein Handwerk, aber auch eine Kunst, wo einfach für mich, ja, das ist einfach noch, noch intensiver, kommt man das manchmal so rein, irgendwie, und wenn es eben richtig gut macht, und, und ich habe mega Freude, wenn ich mit jemandem kann, gehen essen, zum Beispiel, wo das eben auch schätzt, oder, und nicht einfach, ja, was habe ich heute, Garbonare, obwohl eine geile Garbonare ist immer noch das Geilste, weisst du nicht mehr, und, und, und das finde ich auch immer schade, dass ich das auch immer nicht mehr kann, mehr kann, irgendwie noch mehr kann, wie soll ich sagen, noch intensiver kann, betreiben, Letztes Jahr habe ich einen Traum, irgendwie, so wie jetzt da, das ist, ja, was ist das, eine Art Atelier, da jetzt zum Beispiel, irgendeine offene Küche rein tun, und weisst du, wie als Atelier, das anschauen, da kochen, ob vielleicht auch mal Leute einladen, so etwas fände ich, super geil, nicht ein Rest in dem Sinn, so mehr eine Art Begegnungszone, wo man sich austauscht, so ein bisschen, ja, so etwas fände ich mega toll, irgendwie, oder, wenn ich, wenn ich, wenn ich Kochsendungen sehe, weisst du, wenn sie da in Toskana, mit einem Cinquecento rumfahren, mega alles, mega schön, und dann kommen sie auf den Hof, und Zäune draussen, am, 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 am Fressen, und Kühe, und, 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 und Oliven, Olivenbäume, und dann geht mir, das, das, weisst du auch nicht, wieso sie, also ich, als ich an dem so Freude habe, aber da geht mein Herz auf, irgendwie, und das, das wäre so, wie ein, das wäre ein Traum, so etwas noch ein bisschen mehr, weisst du, irgendwie können, irgendwie, zu forcieren, ja, vielleicht kann ich ja das, irgendwann einmal verbinden, eben, da kommt dann auch wieder, Persönlichkeit in dem Sinn, dass man, ja, vielleicht kann ich das mal ausnutzen, meinen Namen halt, für irgendetwas, wo eben, in den Bereich hineingeht, mit Kochen, jetzt mal schauen, ja. Aber das Gegenteil, wie es die Ami sind immer machen, wo sie auf ihren Namen, auf etwas draufklatschen, und sie haben nichts damit zu tun, weil sie dann eher so umgekehrt, dass eben, wenn du, irgendein Gastroprojekt, würdest anreissen, dann wäre es ja wirklich dein Projekt, und nicht, der und der, macht von A bis Z alles, und du hast einfach, Baschi aufs Plakat dort. Das würde mich stressen, nein, und das ist mir auch wichtig, mit dem Schmutz, wo wir dort unterwegs waren, die Sachen haben wir produzieren, und da bin ich auch, habe ich gesagt, hey Schmutz, sag mir Kopf, wenn ich muss, wenn ich helfen muss, eben, ich stand nicht in der Wage, und es heisst, Baschi Schmutz, und ich mache zwei, drei Würstchen, und finde, ich bin ein riesigeiler, Besuch, oder, nein, weisst du, da habe ich das grosse Stolz, sondern da bin ich auch, am Vorbereiten gewesen, und am Machen und Tun, und ich glaube, den Respekt vom Schmutz, habe ich auch so, mir erarbeitet, kann man sagen, irgendwie. Er hat wahnsinnigen Respekt für dich, weil, du das gleiche machst, wie er in der Küche an diesem Tag, da arbeitet gleich viel, aber, du gehst dann noch zusätzlich nach singen. Ja, aber er ja auch. Ja, er kommt, mit dem Triangel. Er spielt den Triangel, ja. Nein, da schau, abschliessend, ich will, eben, das ist so philosophisch, ich will ein Leben haben, wo ich, wo ich Sachen will ausprobieren, und auch manchmal, vielleicht einmal, ist es wieder einmal an der Zeit, auch nicht mehr einmal, ein Risiko einzugehen, für etwas, und das will ich mir einfach nicht, verbauen, in dem, dass ich eben das Gefühl habe, ja, was könnte ich denn denken, oder was meint denn der, wenn ich jetzt das mache, oder so, oder kann ich das machen, oder vernachlässige ich dann das, sondern, man muss einfach wirklich, eben, man muss das machen, was einem gut tut, oder? Aber jemand, der jetzt aussenstehend ist, könnte jetzt sagen, du bist doch der Baschi, du kannst eh machen, was du willst. Ja, aber gleich hat man gewisse Verantwortung, vielleicht gegenüber Leuten, oder so, oder, weisst du, wie ich meine, und von dem her, ist es dann eben doch nicht immer ganz so einfach, oder? eine CD mache ich auch nicht von heute auf morgen, oder weisst du, ein Projekt machen wir auch nicht einfach mal so schnell, es ist schon alles recht, auch zeitintensiv, oder irgendwie, dann habe ich noch ein Tonstudio, da kann ich auch nicht einfach sagen, okay, tschüss zusammen, ich gehe jetzt auf eine Weltreise, und gehe ein bisschen schauen, wie sie in Paraguay kochen, also, obwohl das vielleicht auch ein Traum wäre, und es geht einfach darum, dass man da irgendwie so einen Life Balance, oder wie man dem sagt, findet, dass ich mir einfach, ich will einfach nicht irgendwie in 10, oder 15, oder 20 Jahren da stehen, und sage, ja, guck auf den, ich hätte doch nur, und weisst du, wie ich meine, und es geht schon so weit, dass ich mir schon ein, zwei Bücher geholt habe, so zum Lesen, wie kann man sich denn die Sachen ermöglichen, wo vielleicht jetzt weiter weg sind, aber das einfach in einem schlummert, und einfach innen, schreit es einfach danach, zum sagen, hey Junge, du findest das geil, du liebst das, mach es einfach, oder, aber eben, wieso macht man es denn nicht, oder, und, und in einem Buch ist einfach gestanden, hey, schau, wir haben, keine Ahnung, 2000 Leute gefragt, die im Altersheim leben, auch wirklich schon 90 sind, also, weisst du, nicht, dass sie jetzt einfach nur darauf warten, bis sie dann können gehen, aber es ist einfach so, und dann einfach gefragt, hey, was bereut ihr, und, ich glaube, 88, 80%, also praktisch jeder, ich bereue einfach, dass ich einfach zu wenig mutig war, dass ich zu wenig das gemacht habe, was ich wirklich wollen, oder so, und, ja, ich glaube, es klingt immer, in der Theorie ist es so einfach, oder, weisst du, du kannst, du kannst heute, du kannst das Zelt abbrechen, und kannst irgendwie, weisst du so, du kannst heute, in dem Moment, oder, in dem Moment, kann ich jetzt planen, und, weisst du, so, aber, ich glaube, nicht der Einzige, das ist einfach auch, das ist das Leben, wenn es so einfach wäre, wenn es so einfach wäre, würde jeder irgendwie, keine Ahnung was, in einer Baumhütte leben, und, und irgendwie, keine Ahnung was machen, oder, es ist einfach, das ist, das ist unsere Gesellschaft, auch das Land, die Schweiz, wo zwar, uhure gut ist, zu uns allen, wenn man andere Länder anschaut, aber, wie soll ich sagen, der Luxus, den wir eigentlich haben, uns auch wahrscheinlich, ab und zu, beschneiden tut, oder, es ist halt einfach, es ist einfach auch scheissbequem, irgendwie, es ist eben das gleiche, vor allem, wenn man noch, ein erfolgreicher Musiker ist. Ja, aber du weisst, was ich meine, das ist das gleiche, beim Wählen, 45% von allen Leute, sind gehen gehen, das ist wirklich nicht viel, die in anderen Ländern, ich weiss doch nicht, was die verschnitten haben, 65% oder noch mehr, weil dort geht es, kopft es mich wirklich um etwas, oder, und bei uns, denke, habe ich mir vorgestellt, denken sich viele Leute, ja, ich habe meinen Job, ich habe meine Frau, ich habe mein Kind, was interessiert mich? Was macht es für einen Unterschied? Das kann ich auch, ehrlich gesagt, auch nachvollziehen. Ja, aber ich finde es faszinierend, wenn man, eben, wenn man, in etwasem so erfolgreich ist, und wahrscheinlich ist das auch immer, ein Zeichen vom Erfolg, wie wir es am Anfang mal davon gehabt haben, nach drei Alpen hast du gefunden, dass man mal irgendwie, etwas anderes machen, dass man, dass man eben nicht stehen bleibt, und dass man sich überlegt, was will ich sonst machen, und wo sonst will ich ahne, und, und, ich weiss, ich weiss wirklich nicht, wie weit du schon bist in deinem Plan, aber logischerweise macht es Sinn, wenn man sich sagt, halt, paar Jahre im Forest plant, auf etwa, dann machen wir es, vielleicht wird es mehr in die Richtung, oder mehr in die Richtung, weil, logischerweise, kannst du nicht von heute auf morgen sagen, Studio, fuck you, äh, nächstes Album, fuck you, Label, alles scheissegal, logischerweise kannst du das nicht, aber, ähm, ich sehe, ich sehe es, bei dir sehr wohl, weil, das haben wir schon mal privat besprochen, du bist, einerseits mit deinem Namen, aber andererseits eben mit deiner Art, du bist einfach, du bist einfach der Entertainer, natürlich bist du Musiker, aber, aber die Menschen, die sehen so viel mehr bei dir, als bei anderen, die Musik machen, äh, im gleichen Rahmen und Erfolg, weil einfach, eben, du bist volksnach, aber, du, ich merke das ja allein schon, intern, wenn ich Radiosendungen mit dir mache, kriege ich Mails von anderen Mitarbeitern, im Gegensatz zu, sonst nie, und sie sagen, hey, könntest du denn vielleicht ein bisschen Highlights rausschneiden, und, ich mache das immer, das merkt es einfach niemand, weil es interessiert keinen Sau, aber wenn sie wissen, der Baschi kommt, heißt, hey, ich weiss jetzt schon, wir werden eine halbe Stunde Material haben, vom Baschi, weil, du bist ein Herz auf der Zunge, du bist, du bist sehr humorvoll, und darum sehe ich, jeder noch etwas anderes machen, als Musik, vor allem in der heutigen Zeit, also, keine Ahnung, wenn Musik es dann 15 Jahre später gewesen wäre, vielleicht hättest du gar nicht Musik machen müssen, sondern dann wäre 3 Plus gekommen, und hat gesagt, hey, wir machen jetzt, wir machen jetzt eine Reality Show, dann haben wir es auf das SRF gesehen, Ja, nein, aber, ich sehe, du hast es jetzt so zusammengefasst, das ist eigentlich so ein bisschen das, was bei mir abgeht, oder, es ist wirklich die Frage, und das ist eben eine gute Frage, und das habe ich mir gerade heute am Morgen auch wieder überlegt, ich habe gerade letztens ein Gespräch gehabt, weisst du, wer ist der Baschi, hat mich jemand gefragt, ich glaube, die Leute wissen nicht, wer der Baschi ist, er macht ein bisschen Musik, aber im gleichen Atemzug, geht er zu Ninja Warriors, oben ohne, zu einem Parkour, also, sehr geil siehst, ja, wer ist der Typ, oder, irgendwie, und, und, und dann sage ich, Kopftami schiesst mich schon an, ich habe jetzt seit drei Jahren nicht mehr auf dem Gurten können spielen, wieso, ja, ist es vielleicht auch ein bisschen wegen dem, dass du vielleicht auf zu vielen Hochzeiten tanzest, solltest du vielleicht nicht einfach, Kopftami, äh, dich, dein Fokus wieder, weisst du, voll auf die Musik, und eben, da mal den Gäubchen an, lass mal da, obwohl ich jetzt nicht finde, dass ich jetzt an jedem Scheiss bin, aber trotzdem habe ich es jetzt auch gemerkt, das Jahr, ich bin fast ein bisschen zu viel unterwegs gewesen, man muss sich auch, man muss auch wissen, wenn man sich ein bisschen rarer muss machen, so, und, das wird eine recht spannende, spannende Zeit sein, weil eben, ich finde das, finde ich das, finde ich das, finde ich das super geil, durch den Scheiss Parkour zu säkeln, ist doch cool, ich will gerne Herausforderungen haben, wo gerne eine Challenge haben, wo, wo das im Fernsehen gesehen hat, und fand, ja, so schwierig, wie das jetzt ist, kann ja das nicht sein, oder wie das ausgesehen, und dann kommt zwei Tage später, kommt eine Anfrage, ja, willst du auch mitmachen, ja, sicher will ich mitmachen, und logisch, ein anderer, der mich dann, sieht von aussen, und denkt so, okay, eigentlich will er doch irgendwie, ernst genommen werden, die Musiker sein, und eben auf dem Gurten spielen, und auf dem St. Galler Openair, und weisst du, bla bla bla, aber dann macht er so etwas, und dann tanzt er mal da, und dann macht er mal diese Scheisse, oder so, das passt so für mich nicht zusammen, oder, und dem, dem, dem muss ich dann auch recht geben, und wegen dem, Weiglich? Ja, anscheinend kommt das, bei zweien, dreien Leuten, die mit mir halt zusammen schaffen, oder so, manchmal ein bisschen über, dass ich einfach, manchmal einfach eben, was willst du eigentlich machen, in deinem Leben, so? Aber ich finde das, ich finde das wahnsinnig schade, und das ist, meiner Meinung nach, ein sehr, ein Schweizer Problem, wo, wo ich halt auch schon früher gemerkt habe, weil, also klar, bei mir hat es immer geheißen, da ist hauptsächlich der So, von dem Moderator, ja logisch, das hörst du Ewigkeiten, und, und dann ist es aber, hätte ich das belastet? Überhaupt nicht, nein, also, ich habe es nie schlimmer, Hättest du dir aber auch die Türen aufgemacht? Auch nicht, weil die Leute haben es immer erst mitgekriegt, wenn ich schon durch die Türen gegangen bin, weil wir nicht die gleiche Nachnahmen haben, und das macht viel aus, und am Anfang, am Anfang ist es mehr so gewesen, dass es mir ganz wichtig ist, dass ja niemand, eben, bevor ich den Job habe, darf das niemand wissen, und wenn ich ihn habe, okay, aber ich habe ihn ja schon, aber ich habe viel mehr, was mich viel mehr gestresst hat, als ich gemerkt habe, ja, was bist du jetzt, Schauspieler oder Moderator? Aha, was machst du noch Comedy? Ja, nein, und die Schweizern, wir haben das immer so klar, zu kennen, dass auch, es ist in keinem anderen Land, auf der Welt, ist Ex-Mister oder Ex-Miss, ein Titel, und man hat es einfach irgendwann gewählt, um das können ersetzen, statt dass man sagen, Model, Schauspielerin, Moderatorin, DJ, oder auch für Männer, kommt aufs Gleiche raus, und, und wenn ich dann so, allein schon bei den Deutschen schaue, und dann vor allem, logischerweise, England, Amerika, dass ein Komiker, noch eine Sendung moderiert, kein Problem, und er ist Komiker, das heisst ja nicht, er ist Komiker und Moderator, und man kennt das gar nicht so, und dass ein Musiker, wo ein geiles Sieg ist, noch bei Ninja Warrior auftritt, wäre auch kein Thema, und das finde ich immer so schade, dass die Schweiz in dem Punkt, zu einem wahnsinnigen Schubladen denken hat, wo sie immer sagen, wir müssen ganz klar, ist er jetzt ernst der Musiker oder nicht, er ist ernst der Musiker, aber er ist fucking unterhaltsam, er ist ein Entertainer, wieso geht das nicht zusammen? Nein, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, was willst du, dann würde ich auch sagen, hey, ich will einfach die Leute unterhalten, absolut, ich will eine geile, geile vier Stunden beim SRF 3 mit dir haben, wo wir coole Feedbacks bekommen, weil wir einfach eine gute Show gemacht haben, und das mit nichts, ausser mit den scheiss Fragen, und sonst nichts vorgeblank gewesen, nichts geblank gewesen, das oder irgendwie so, oder gestaget, oder weisst du, ich meine so, also zu erklären, es ist ein Quiz, live, und Hörer können wir auch live hinein, also du kannst dich nicht vorbereiten, du bist einfach, keine Ahnung, ein lahmiges Socken, und weisst du, du sagst einfach nichts, oder, oder, und, oder, du machst, oder, du fühlst es halt, oder, du fühlst es in dem Moment, und das ist ja nicht gespielt, sondern das ist ja dann wirklich, da ist ja auch lustig, am Telefon, oder es fällt dann halt mal etwas so ein, vielleicht mal, keine Ahnung was, aber es ist echt, oder wäre jetzt vielleicht bei einer, zum Beispiel, why not eine Kochsendung, oder so etwas, was ein bisschen cool ist, du kannst doch gleichzeitig eine Kochsendung, finde ich auch machen, und im Bierhübeli, ein geiles Huren Konzert spielen, finde ich auch, und von dem her, das ist ja so ein bisschen, ja, da wird man jetzt mal schauen, wo das hergeht, ich bin sehr gespannt, und, ja, wir machen, wir machen fertig, geht es nicht mehr gut, es ist fertig, nein, also ernsthaft, wir hören auf, weil, ich habe es wahnsinnig spannend gefunden, ich finde dich nach wie vor, ein sensationens Typ, du bist unterhaltsam, du bist aber tiefgründiger, also, ja, ich gebe dir jetzt noch schnell, du musst zum Schluss, und, danke dir von ganzem Herzen, dass du in der kleine Podcast gekommen bist, I love you, man, weiterhin viel Erfolg, danke, alles Gute, dir auch, bis zum nächsten Mal, Nuscha, das muss ich natürlich auch dir zurückgeben, ich habe natürlich nicht gerade Tränen in den Augen gehabt, aber, ich komme jetzt noch mal trotzdem auf das zurück, letzten Samstag, oder vorletzten Samstag, im Studio gelaufen bin, vom Schweizer Radio, und du, und ich dort gesehen, hocken, hinter dem fetten Pult, wo notabene, ja, in dem Sinne, das grösste Radio von der Schweiz ist, und du, aus dem, ja, dein Werdegang, wie du dich entwickelt hast, bin ich schon auch ein bisschen stolz gewesen, muss ich sagen, wie du das machst, weisst, ich meine, das ist ein fetter, geiler, in der ersten Linie Auftrag, einen Job, also, weisst du, und ich meine, wer kann schon am Samstag, Nachmittag, und dann noch allein in diesem Studio, das hat mich so bewundert, es ist niemals Tag, kein Typ, aber kannst du nicht da drauf drücken, also, weisst du, man hat dir die Verantwortung überlassen, und du weisst, Schweizer Fernseher und Radio ist, ich weiss auch nicht, warum, ja, nein, aber du hast dich das, in dem Fall, irgendwie so, erarbeitet, und, 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 die Leute haben Vertrauen in das, was du machst, und ich meine, das ist schon, das ist schon, nicht ohne, also, und du machst es auch wirklich gut, Mann, danke vielmals, alles Liebe, gleichfalls, bis zum nächsten Mal. Won't love. Peace. Peace. Skrt, skrt.